Was ist denn? Essen! Essen gut! Taka folgen! Uguama! Taka Uguama! Wird es halt doch kein Mammut Steak, sondern wird Ziegenomelette. Ich bin ja schon da. Was ist das? Echt jetzt? Da werde ich noch nicht satt von. Ich bin ja schon da. 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 Ich glaube, ich stehe im Wald. Ich bin ja schon da. 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 Willkommen bei den Jägern und Sammlern. Seltene Pflanzenwurzeln. Na sowas. hoi hoi ah ja ticke 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 wie hießen die ulla gott sind die beschränkt tierhaut diese geräuschkulisse auch das steht stabil die wussten früher wie man sowas angeht die grünen blätter zu seiner wach war es flussscheine gut bringen wir das macht es sei la zurück verpiss dich tucker der waltstöter Was ist das? Die sind fies, Alter. Die verstecken sich. Die Haut. Achso, hier ging es runter. Du kannst ja fast nur noch mit permanentem Jägerblick durch die Gegend rennen hier. Das ist ja lebensgefährlich. Achso, halt, darum ging es ja. Das ist ja. Das ist ja. Ach so. Danke. Auf geht's. Sadomaso der Steinzeit. Wir drücken uns irgendwelche Pflanzen ins Kreuz. Nix zu danken. Wirklich? Nix zu danken. Mach mal. So. Was kann man denn hier machen? Kecher. Eingeweidetasche. Wildschweinhaut. Rotundfell. Ich brenne! Ich brenne! Na gut, die Leuchtfeuer. Erobere dieses Leuchtfeuer. Schwierigkeiten. Leichtbelohnung. Wenige XP. Bewohner. Besonderheit. Schnellreise. Wiederauferstehungspunkt. Lager. Wegpunkt setzen. Nahrungsmenü. Primitive Heilung. Essen bei voller Gesundheit nicht möglich. Einfach Heilung, notdürftige Heilung. Zwei Gesundheitsbalken. Oh. Schön. Geschwindigkeitsbooster. Was haben wir hier? Bestien. Nicht zähnbar. Die sind alle nicht zähnbar. Ach, hier kann ich das entzünden. Na hoppla. Bin ich eigentlich total bescheuert heute? Bitte nicht darauf antworten. Gehen wir Lotto spielen? Bin ich im Flamke? Of war ein Hecht Down was. Gehen wir Munich. Gehen wir Lotto siebens 메inkomol. Süper nur so ein èfterll打. Ent Private Gegenwart, die ist deswegen voll übrig. Das ist responsabilist, dass dort die Bomben in der G Jillauf 76. 1m Finger zu E faith. ... konkret sank homes isolation Ziegen, viele Ziegen.